hallo und herzlich willkommen zurück bei stranded deep der sicht von oben auf unsere base und ich steige ein mit schön stück fleisch auf der hand kann es denn schöner sein guck mal die aloe sieht ja schon ganz gut aus demnächst kann hier ein bisschen was geerntet werden was sagen meine werte alles klar sieht gut aus wir wollen nicht lange fackeln ich will doch mal auf zur nächsten inseln wir brauchen unbedingt leder kommen nicht drum rum ohne leder kann sich gar nichts machen und ich habe leider das letzte komplett aufgebraucht dann würde ich sagen ich mache mich mal auf der reise zwei leere regale habe ich noch drauf gestellt ein paar planken hatte ich noch über damit war dann ordentlich kisten auch nutzen können ich würde ganz gerne mal zu einer insel fahren die auf der war noch gar nicht waren und ich mache mich mal los sollte ich denn jemals ankommen seid ihr wieder mit dabei ich fahre mal ein stückchen und zwar bin ich mir gar nicht mehr so hundertprozentig sicher ob wir hier alle in sichtweite schon hatten ich glaube nie alles täuscht ist dieses hier die insel auf der wir zuerst waren da könnte sogar noch vielleicht ein schwein rumlaufen wenn nicht fahren wir eine insel weiter ich schippe mal eine runde und wir sehen uns dann gleich wieder wenn wir da sind also bis gleich so liebe leute ich schnappe mir kurz meinen kompass wir sind jetzt immer noch im nordosten gefahren und zwar hier an unserer startinsel vorbei immer geradeaus durch immer wieder ans ruder bitte kommen dann hier zu der insel auf der war so meine ich zumindest auch niemals nicht waren ich muss nur zu sehen ach du scheiße dass ich auch wieder nach hause finde bin mir jetzt schon nicht mehr so hundertpro sicher wir kriegen das schon hin eigentlich muss ja nur nach südwesten schippern und schon kommst du dahin wo du willst ich bin mal gespannt ja ein paar wracks kann ich auf jeden fall schon mal sehen in der hoffnung dass wir hier auch so was wie ein schweinchen finden um ein bisschen an leder zu kommen was anderes wird jetzt erstmal nicht mehr helfen und ich hoffe wir waren hier auch noch nicht das ist auch eine schöne insel hol mal ein bitte schmeiß mal den anker raus doch wir waren hier doch schon mal gucken was hier noch so alles liegen geblieben ist stopfen wir uns in die tasche und dann hauen wir gleich ab zur nächsten insel da ist ein schwein das tut mir leid kleine schweinchen ich brauchte ein leder gott es verrascht mich nicht zur schlange hey hey ciao Oh, selten so eine Schweinerei hier veranstaltet. Oh, nee. Dann läuft es doch einfach von mir weg. Oh, nee. Das war aber auch verdammt schnell. Oh. Ähm. Schon habe ich keinen Platz mehr. Dann gönnen wir uns mal die Aloe Vera Salve. Noch mal ein Stückchen Fleisch. Na, sogar zwei. Und zwei Leder, Gott sei Dank. Gott sei Dank, wir haben wieder Leder in der Tasche. Da ist noch ein Schwein. Oh, sehr gut. Hallo, kleines Schwein. Ich weiß gar nicht, ob ich das drin lasse oder ob ich das rausschneiden muss. Aber wie wird es denn sonst an Leder kommen? Und ohne Leder sind wir echt aufgeschmissen. Kann ich das noch nehmen? Ja, das deckt auf vier, wie es aussieht. Fleisch hoffentlich auch. Wenn, dann müssen wir es auch. Wenn wir es gejagt haben, müssen wir es auch komplett verwerten. Ich hoffe, ihr habt die Augen zugemacht. Mehr Schweine werden erstmal nicht gekillt. Demnächst sind dann hoffentlich die Haie dran. Und wenn ich mich austobe. Ich weiß gar nicht, was ich hier... Auf dieser Insel bin ich schon gewesen. Aber ich habe... Keine Ahnung, warum ich hier so schnell wieder aufgebrochen bin. Oder was hier überhaupt los war. Weil hier ist ja noch alles voll mit Ressourcen. Wahrscheinlich hast du sogar noch ein paar Schlangen hier und sowas. So, jetzt müsste ich erstmal mein Floß wiederfinden und mal komplett ausladen. Wollah, eine Schlange. Okay. Gut, also auf jeden Fall brauche ich eine Spitzhacke, um mal Steine und vor allem Klee abzubauen. Hier kann es doch noch kräftig was abtauchen, glaube ich. Schlange. Ich glaube, das war es, ne? Kann das sein, dass die mich schon mal in den Arsch gebissen hat und ich dann hier flüchten musste? Aber hier sieht es ja... Eigentlich danach aus... Als wenn ich ja ziemlich überstürzt aufgebrochen wäre, muss ich mal ehrlich sagen. Ich habe auch kein Gegengift mit. Ups, Anna. So, hier packen wir mal rein. Fleisch, Leder und... Unser fertiges Fleisch. Hier kannst du Steine reinmachen und ganz unten... Kompass und Trinkflasche. Ich schätze mal... Einen Augenblick halte ich das noch durch. Okay, dann büte ich erst mal die Insel ab. Hier ist eine Pipi. Können wir auch einstecken. Musst du aufpassen, dass du die Schlange erwischst, bevor sie dich beißt, ne? Das wäre schon nicht schlecht. Ich seh die immer. Erst so spät, die ollen Viecher. Ja, du hast schon wieder ziemlich viel Kram dabei, ne? Aber so ne... So ne Palme würde ich mir schon nochmal umkloppen. Bist du schon gleich einmal rund? Nimm mal die große da. Ist da die Schlange? Ich weiß es nicht so genau. So, versuchen wir das Ding noch klein zu hacken. Okay. So. Könntest du auch gleich die Strünke, glaube ich, mitnehmen, ne? Scheiße. Jetzt ist egal. Hätte ich lieber die ganze Palme hinter mir herschleifen müssen, ne? Oh, scheiße. Du musst sogar die Strünke mitnehmen. Die stacken auch nicht, ne? Aber gut, dann mal los. Habe ich sogar schon Schiss, mitten über die Insel zu laufen? Mit der Angst habe, dass mich die Schlange erwischt. Oh, Planken liegen ja auch noch rum. Die würde ich schon sehr gerne mal mitnehmen. Irgendwo hier schlängelt es auch rum, das blöde Vieh. Ich bringe erstmal Zeug aus los. Sehr gut. So, hier hat's die Steine. Und hier hat's da irgendwo auch schon Sticks, oder? Ne. So, vier Sticks. Schlafsack brauchst du jetzt wahrscheinlich. Hammer kannst du auch schon mal mitnehmen. Pack ich lieber Stoff und die Stämme da rein. Und Pipi. Taschenlampe wirst du brauchen. Messer und Speer bestimmt auch. Würde ich fast sagen, wenn es sich hier so anbietet. Dann speichere ich hier mal ganz kurz ab. Ah, hier ist noch ein Stock. Ähm. Stamm. Gehst du langs noch ein bisschen hell? Ist mal auf Schlange suchen, oder? Ja. Ja, am besten, ne? Komm, lass mir hier liegen. Gleich im Dunkeln. Brauche ich gar nicht gucken. Hä, da ist sie. Nein. Nein. Da rechts ist noch einer. Wo ist es denn hingeschlängelt, das Scheißvieh? Hier, oder? Ja. Ah, habe ich wieder nicht getroffen, Naomi. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Das Mistvieh. Also hier ist definitiv noch eine gewesen. Aber die, äh, entfleische ich mal eben. Habe ich mich vor meinem Schatten erschreckt? Ich kriege gleich einen Herzinfarkt. Mann. Äh, so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier mit Taschenlampe auf Schlangen gehen sollte. Das ist wahrscheinlich einer meiner schlechteren Ideen. Hau ich mal ganz genau hin. Hier ist noch mal ein Stick. Den kannst du mitnehmen. Die hat sich verzogen, ne? Ja, ist klar. Die hat gemerkt, Mann. Drei, vier Würfel nur. Bis er mit dem Speer getroffen hat, dann muss ich mich lieber vom Acker machen. Hier ist noch eine Planke. Wow. Die nehme ich echt gerne mit. Haben wir schon wieder bald ein Regal zusammen. Oder haben wir sogar. Eine war noch zu Hause in, in einer Kiste. Regale brauchen wir immer so einige, ne? Weil eben, was wir da in Kisten schon zu Hause rumfliegen haben, habe ich mehr als genug zu verstauen. Das freut mich. Irgendwelche seltenen Früchte hier noch rumfliegen. Würde ich ja gerne auch noch mal gucken. Dass wir vielleicht noch mal was anbauen können. Aber jetzt dadurch, dass die Schlange hier rumhängt, das Drecksvieh. Und wir schlafen eine Runde. Hä, wo ist die denn? Ich werde verrückt mit dieser blöden Schlange. Da. Oh, jetzt kommst du auf einen Fluggi. Wie ist denn dein Skill hier im Dunkeln? Besser. Okay, Schlange ist weg. Was sagen unsere Werte? Hast schon wieder ein bisschen Durst? Das ist ausgeschlürft hier. Das heißt, ich bringe meine Klamotten mal eben noch aufs Floß. Das geht schon wieder nicht mehr. Ups. Also, den. Jawohl. Und hier hast du noch genug Platz. Für Planken. Ich leg die mal bitte aus der Hand. So. Sehr gut. Dann können wir mal eine Runde schlafen. Und gucken uns am nächsten Morgen mal ein paar von den Wracks noch an. Da war noch so einiges zu holen, glaube ich. Dann hauen wir uns mal ein bisschen aufs Ohr. Gucken, dass es wieder hell wird. Dann muss ich aber auch zusehen, dass ich dringend mal... Jo. Das ist nun trinken wir jetzt mal eine gute Idee. Habe ich die Kokosnuss jetzt in die Kisten gepackt? Ja, ich glaube, ne? Eine Sekunde. Ich muss mal hier kurz frühstücken. Das geht ja mal vor. So, den brauchst du. Und welches war jetzt hier smoked? Okay. Hunger ist schon mal in Ordnung. Getrunken haben wir auch. Kannst du den mal wieder... ...erst mal aus der Hand legen und in die Kiste packen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Habe ich jetzt tatsächlich hier die Kokosnuss oder... Ja. Die würde ich mir nochmal aufprügeln. Und auch nochmal trinken. Wir haben noch ein bisschen was zu tun, bevor wir wieder los müssen. Und so eine Kokosnuss kannst du ja wohl mal zwischendurch... Kriege ich die hiermit auch kaputt? Ah, sehr gut. So. Ja, das ist erstmal in Ordnung. Da können wir noch eine gute Runde tauchen. Pass nur auf, dass du die Seeggehe am besten auslässt. Oh, und die rochen vielleicht auch, wenn es geht. Ja, wie ich dich kenne, warst du hier schon, ne? Das ist der einfachste von allen gewesen. Aber alle Boote hast du mit Sicherheit noch nicht abgelootet. Ja, das hast du schon. Ich kann mich erinnern. Na. So. Schlangen gibt es hier keine mehr. Kannst also. Hoffe ich zumindest. Müssen wir mal ein bisschen Gas geben, weil wir haben nicht mehr allzu viel... Wasser im Petto. Da muss ich mir dringend dann auch nochmal eine... ...ne Flasche machen, eine zusätzliche. Guck mal, hier geht es doch schon gut los. Kiste Nummer 1. Mehr hast du nicht, okay. Hier ist auch noch ein Anker drin, aber... Höre ich ein Hai? Hier ist auf jeden Fall nochmal eine zweite Kiste. Okay, aber sonst haben wir es hier. Mal schnell zurück. Vor der Hai kommt. Ach, guck mal hier. Komm ich hier drauf. Jawohl, sehr gut. Die nehmen wir mit, ne? Können wir nochmal ein bisschen in das Floß erweitern. Ich hoffe, die kriege ich auch noch alle mit. Na. Hey, bleib hier. Wow, da war ein Hai. Glaube ich. Dann liegst du weg hier. Der stinkert doch hier wieder rum. Ah, sehr gut. Inventar sagt, so viel Platz hast du nicht mehr. Kannst du ja über den einen Stamm hier noch mitnehmen, sehr gerne. Ah, nee, geht ja nicht. Kann ich das? Ja, das geht doch. Dauert bloß eine Viertelstunde. Ist das dein Ernst? Ah, sehr gut. Jetzt kannst du den Stamm auch mitnehmen. So, dann gucken wir mal ganz in Ruhe hier kurz durch. Hier ist doch so ein Busch hier. Da. Nein, jetzt habe ich gerade keinen Platz mehr. Wint mal, hier ist... Ist hier in so einer Kiste vielleicht noch ein Plätzchen? Sehr gut. Auch noch eine Laterne dabei. So, die Frucht nehme ich auf jeden Fall mit. Mehr waren hier nicht, ne? Hier ist immer nur eine dran, glaube ich. Sieht so aus. Da würde ich nämlich glatt versuchen, mir das Pflänzchen nochmal zu Hause anzubauen. Findest du hier noch irgendwas? Vielleicht eine Kartoffel oder so? Nee, ich glaube es gibt nur die eine Kuhraumfrucht. Alles klar, allzu lange will ich mich jetzt hier auch nicht aufhalten. Weil hier bei uns ein bisschen das Wasser ausgehen wird. Pack die gleich hier rein, die beiden Kisten. So, was haben wir denn? Oh, eine Ration. Okay, vielleicht können wir doch noch ein bisschen länger hier bleiben. Ja, okay, das ist voll. Aber wir haben hier auch noch ein bisschen Platz, ne? Ja, auch nicht mehr allzu viel, ne? In der Tat wohl nicht. Na gut. Ups. Okay, dann könnte ich sogar zur Not noch eine Ration essen. Ich guck mal hier mit dem großen Schiff nochmal. Wenn wir jetzt schon mal hier sind. Und da gibt es noch eine Kiste. Dann würde ich die aber mitnehmen wollen. Oh, pass auf Sie, Igel. Riesenfisch, Rochen. So ein Karvenzmann, den legen wir uns auch einfach mal zu. Noch ein Rauchen. Ih, und eine komische Schlange. Und mal in Luft. Oh, das war nicht besonders lange. Mal gucken, ob ich hier schon drin war. Ich glaube, ne? Ich glaube, ne? Etwas so aus. Ja. Ich glaube, das olle Ding hier habe ich schon gelootet. Hier kannst du erstens nochmal reingucken. Ne, hier bin ich schon gewesen. Hier stand, glaube ich, eine Kiste rum. Mehr gab es hier nicht in diesem Riesenschiff. Schon ein bisschen enttäuschend. Ja, da sind nochmal Bälle. Kriege ich das noch hin jetzt auf die Schnelle, oder? Das heißt, zwei Flusserweiterungen für uns. Wenn ich sie alle fünf kriege, ohne dass mich der Hei aufrisst, der hier bestimmt gleich mal vorbeischaut. Halt. Oh. Da war er. Ey, der Schwede. Erstklassig geduckt. Okay, die Kiste schnappst du dir nochmal schnell? Hier ist mir das zu eng. Nicht, dass ich hier nicht mehr rauskomme. Wow. Lass mal eben wegbringen den Kram. Hey, dass du das unbeschadet überstanden hast. Hut ab. Dann müssen wir nochmal kurz reingucken, zumindest. Könnte noch ein Kistchen drin gewesen sein. Wow, das lohnt sich. Ne, ne, ne. So. Die kannst du gleich noch hier draufklemmen. Und die andere packst du mal bitte hier hin. Oh, voll mit... Oh, ein Air Tank. Sehr gut. Wir bauen uns dann doch als erstes mal. Wow, noch ein Air Tank. Jetzt wird es aber auch mit dem Platz ein bisschen knapp, so langsam. So, hier passt nix mehr. Taschenlampe könntest du noch draufpacken. Müssen wir dran denken, dass du dann erstmal keine mehr dabei hast. Tatsächlich einen Stoff könntest du noch stacken. Aber wir müssen dann auch langsam über die Rückreise nachdenken, ehrlich gesagt. Wir müssen uns Werkzeuge machen, was zu futtern zuzubereiten, bevor das Fleisch vergammelt. Aber das hat sich immer gelohnt, der Ausflug hier zu der Insel. Ein bisschen Platz haben wir tatsächlich noch. Würde ich hier nochmal... Oh, hier gibt es sogar noch Reifen. Jawohl, nehme ich. Hier ist noch ein Spinn. Schade, leider kein Leder. Da hätte ich mich echt drüber gefreut. Aber dann haben wir auch das hier weggelootet. Da drüben schon wieder ein Hai. Nein. Ich kann natürlich unter Wasser keine Ration essen, ist ja klar. Aber im Stehen. Sehr gut. Die Kiste will ich noch, ne? So viel Zeit muss jetzt sein. Hö? Achso, ich war ja hier drüben auf dem Schiff. Hai ist gut. Beruhig dich. Der macht mir gar nichts. Nein, irgendwas hat mich erwischt. Scheiße. Was war denn das? Scheiße, ich muss mal irgendwas an den Strand packen. Muss man mal den Status jetzt angucken. Irgendwas hat mich da vergiftet. Ähm. Wow. Den Wetter willst du tauchen gehen? Ei, 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 ei. Scheiße. Was? Sind hier irgendwelche Pflanzen oder was? Die mich hier vergiften? Oh, war hier ein Fisch, den du nicht gesehen hast. Ich weiß es nicht. Hier hinten kommst du nicht lang, ne? Doch, hier hinten kommst du auch lang. Aber da ist nichts weiter. Gut, alles klar. Boah, ey. Gut, dann müssen wir uns nur noch hier aus den Reifen ein Flossteil basteln. Mach die mal raus aus dem Wasser bei dem Wetter, ey. Oh, das ist ja ein Sturm. Bisschen verrückt. So, den Reifen lässt du mal hier irgendwo. Ist auch kein Platz mehr drin. Ganz höchstens vielleicht die Taschenlampe. Mal hier mit reinpacken. Mal gucken, ob wir hier irgendwo noch ein Plätzchen frei haben. Hier ist doch schon mal was. Dann können wir die Planke rein. Irgendwo hat es die her. Hier ist der eine bei. Packst du nochmal den zweiten dazu. Ich könnte es auch hier bauen, aber ich baue es jetzt zu Hause. Wir kriegen alles mit, was wir brauchen. Die Airtanks kann es auch noch zusammenruhen. Ja, ich glaube, wir kriegen ja alles mit. Ich komme nicht mehr mal. Sagen die Werte. Dafür, dass ich vergiftet bin, tut sich recht wenig an meiner Lebensleiste, Gott sei Dank. So, ein Seil brauchen wir mal. Damit wir uns gleich mal die Flusserweiterung gönnen können. So, mal wieder der Hammer. Alter Schwede, ist das ein Wetter. Ich will nach Hause. Jetzt ist die Frage, wo bringst du es denn an? Na, ne, nach vorne willst du erweitern, ne? Ja, machst du doch mittig. Du kannst da rechts und links mit den Bojenkugeln arbeiten. Ganz üblen Frosch im Hals. Später haben wir es schon wieder, 18 Uhr, ey. Wow. So, eine Kiste. Tja, müssen wir gleich im Dunkeln nach Hause fahren. Noch eine Kiste und hier noch irgendwo ein Stick. Nehme ich erstmal alles mit. Ich würde trotz alledem mal speichern. Und, äh, ja, es wird Zeit, ne? Für ein Päuschen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Stranded Deep. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Gab ja so einiges an Stuff, den wir hier abgeräumt haben. Mal schauen, wie es dann weitergeht in der nächsten Folge. Ich muss den Reifen auslos kriegen. Das wird wieder ein Drama werden. Kann ich mir jetzt schon sagen. Und dann muss ich auch noch die, unsere, unsere Heimatinsel finden. Das wird auch noch ein Spaß. Gut. Dann lasst mir einen Daumen da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.